Willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Wir machen uns auf den Weg zur Ostgoldmine von Searchlight. Ich hab mal wieder so dumpfe Gefühl wie so eine Knoblauch auf der falschen Seite. Oder auch nicht. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich muss jetzt wissen, wo die Mini ist. Hm. Da müssen wir nochmal hin. Jetzt ist die Frage, muss ich oberhalb oder unterhalb dieser Anhöhe hin? Ah, da sieht er aus. Flughafen? Was ist das? Jetzt gibt's erst mal die DT. Krass. Muss ich bloß noch gucken, wie ich da reinkomme. Ach, ein Red Scorpion. Na ja. Das sieht doch ganz wie ein Eingang hier aus. Ja. 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 Was ist das? alles wiedergut schatz die bösen leute sind so schade dass man schliegen kann das sagt jetzt nicht mehr kommt hier nirgendwo in ein gebäude rein weder in den tor ok Okay. Und servt. Gar nichts? Gar nichts? Das ist jetzt echt gerade mega enttäuschend. Es ist nicht so wild, ihr schlimmen, schlimmen Kinder! Das wird sie lehren, meine Babys in Frieden zu lassen. Hm. Hm. Naja. Nix ein bisschen Sachen noch erfunden. Sehr gefälligst nicht so wild, ihr schlimmen, schlimmen Kinder! So, kann ich mit dir jetzt mal talken eigentlich? Hallo, liebes! Äh, Doktor Henry möchte wissen, ob du weiterhin die Mark zwei Prototypen tragen wirst. Natürlich werde ich das Liebchen, wenn es was nützt. Sorg dich nicht um die kleine alte Großmama. Ich bin zäher, als ich aussehe. Hm. Aber gern! Wie? Jetzt könnten wir das natürlich machen. Jetzt haben wir... 90er Wissenschaft. Hab gestürzt, so wird die Behörde. Oh, das ist ja nervig, da kommen wir jetzt gar nicht... lang. Wir gehen erstmal nach Jacobs Town. Ah, Stahlkrank geht es vorüber. Cool. Ja, ja. Ja, ja. Bist du zu einer Entscheidung gelangt? Neuropeptid-Stimulotoren in einem Nachtpöscher-Hirn wirken ähnlich wie in einem lebenden Gehirn. Das ist genial! So simpel und doch so elegant, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Okay, das war's jetzt. Mh. 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 wir noch loswerden multi plasma gewähr war das multi plasma gewähr kommen wir einmal aber wir haben das komische blut was mit will irgendwas wie hießen die fischer denn sind 18 hauen und geben sie mir bescheid wenn sie sonst noch etwas brauchen tschüss auf bald und dann will ich noch mal kurz wissen dass das komische ort wo wir noch immer stimmtex und so weiter kriegen ich will mich noch gerne die strahlen orte besuchen stelle ich hinter großmama schatz schluck das Hey, helfen Sie nicht den... Ich fick den Jungfut. Jetzt ist Nacht, das heißt, ich muss wieder im Turm sein. Willkommen zurück, mein Freund. Nehme ich einen Radaway oder Stimpeg. Stimpeg. Sie müssen noch... Ja, ja. Und schau. Hat die eigentlich... Irgendwie... Ein Wissenschaftsbuch oder sowas? Ne, ne? Ach, das verstehen. Ah, okay. Das war auch nur das Heft. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. Oh, die sind so geil. Geil. Ähm. Dann gibt's die wahrscheinlich doch in jedem Ort, oder? Wie kommen wir jetzt in dieses Lager rein? Auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge Spitze bedanke mich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.